So, hallo zusammen. Hier haben wir eine neue Nehmission. Mal gucken, was der diesmal will. Geh mal kurz auf die Karte, damit ihr seht, wo das ist. Wir haben also rechts vom Dakota River. So, mal gucken. Rettungsmissionen annehmen. Okay, also eine Rettungsmission. So, mal keinen Überfall. Dann gucken wir mal. Und dann gehen wir das mal an. So, möchten wir noch eine Kleinigkeit futtern. Ich hatte eben noch ein Banditzenlager. So. So, da ist auf jeden Fall das Gebiet. Ich glaube, wir müssen irgendwie da hoch. Ich weiß, wir sind auf den Weg da vorne. Oder auch nicht. Na ja, da. So, so, das Gebiet nach der fremden Person. Also, da ist auf jeden Fall eine. Da habe ich auch schon Gegner gesehen. Und da oben. Und der andere jetzt. Der haut hier unten ab, oder was? Der will ich nicht abbauen. So. Was passiert hier? Na, ich ballere alle ab. Baller, baller, baller. So, gibt es hier noch was Interessantes? Nein, wahrscheinlich nicht. Oh, doch, da ist eine Drohne. Na ja, zumindest wo es eine ist. Na toll. Ja, ich befreie dich. Ja, ich will jetzt wissen, was in der Drohne ist. Kannst du noch ein bisschen zappeln. So, starker Arzt. Na ja. Oh, Mais ist gut für den Gaul. Na ja. So, dann befreie ich dich mal. Lündern habe ich jetzt keinen Bock. Wo bist du denn? Ach da. Loschneiden. Das sage ich dir nicht. Was für Tiere. Wahrscheinlich wollten die dich halten. Aber ich habe meinen Gaul. Der läuft schon weg. So, wo müssen wir dich dann hinkriegen? Na, es ist irgend- und dann auch noch. Da eigentlich so gar nicht die Richtung, in die ich wollte. Genau. Jetzt wollen wir die noch runter. Und dann bringen wir die mal nach Valentin. Waffe zücken. Man weiß ja nicht, ob da noch ein paar Banditen unterwegs kommen. Und dann im Galopp, im Galopp. Ich hoffe, dass ich mich mit der nicht noch auf die Fresse lege. Ich hoffe, wir hätten mal eine Gander nehmen können. So, und jetzt geben wir ein bisschen Gas hier. Da kommt dann noch ein anderer. Boah. Der wäre genauso verrückt wie ich. Hätte auch schief gehen können. So, das dürfte ja nicht mehr allzu weit sein. Kampfab, schneller, Pferdchen. Oh, ich habe die Angewohnheit immer viel zu oft auf die Minimap zu gucken. Hier öfter mal was. Also zum Beispiel Gegenverkehr. Und dann fliege ich immer voll auf die Fresse. Oh, schönes Gewitter auch noch. Ich liebe es ja eigentlich, wenn Gewitter hier im Game ist. Die haben das so geil gemacht, finde ich. So, dann müssen wir gleich am Ziel sein. Meine Frau sagt auch schon, reicht jetzt langsam. Wir sind da. Okay. So, da sind wir am Schiff geworfen. Sehr schön, das war mal wieder eine Nebenquest. Ja. Das gibt's ja an Belohnung. Na, zeig her. 0,08 Gold, 7 Dollar und 195 XP. Na, das geht auch. So, dann bis zur nächsten Emission. Bye, bye.